Das Metzinger Unternehmen Hugo Boss konnte seinen Umsatz im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 1,014 Milliarden Euro erhöhen. Von dem Konzernwachstum profitierten auch die Anteilseigner der Aktiengesellschaft. Der Gewinn pro Aktie ist gestiegen. Doch nicht nur deren Vermögen wuchs, denn sämtliche Verkaufskanäle in der Region haben in der letzten Zeit an Umsatz zugelegt. Auch der Online-Handel ist immer beliebter. Im Vergleich zu den Wettbewerbern gewinne man weiter an Marktanteilen, freut sich Firmenfinanzvorstand Yves Müller.